Der AllroundCleaner A34PA von AllClean ist eine Bodenreinigungsmaschine mit Akkubetrieb. Das ist für die professionelle Bodenreinigung in Industrie und Gewerbe interessant. Das Besondere daran ist, erstens, die Nutzerfreundlichkeit. Durch den integrierten Akku entfällt bei der Reinigung das Hantieren mit störenden Kabeln oder fehlenden Steckdosen. Er ist wendig in der Handhabung und verfügt über eine niedrige Unterfahrhöhe. Zweitens, die Effizienz. Es können mit wenig Aufwand bis zu 750 Quadratmeter pro Stunde gereinigt werden. Der einfache Wechsel der Bürsten ohne Zusatzwerkzeuge erlaubt außerdem die schnelle Reinigung verschiedener Böden. Und drittens, die Energieeffizienz. Die Bürstendrehzahl von 650 Umdrehungen pro Minute erfordert minimalen Wasser- und Chemikalienverbrauch. Der AllroundCleaner soll die Reinigung erleichtern und durch Effizienz beschleunigen. Und drittens, die Energieeffizienz.